Hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Vater-Produktionscoach, Blumenpsychologe und so weiter. Und wir gucken uns mal wieder ein Dating-Mail an von Anna Tevkola. Genau, lieber Christian, ich möchte heute mal eine Geschichte erzählen. Es ist ganz frisch vorbei und hielt auch nur die berühmten drei Monate. Alter, das ist doch toll, was ihr hier lernt. Diese immerwährenden Regeln, das ist doch mal was richtig Handfestes. Erst in den 30ern, ich bin in den 30ern, die allerersten Treffen waren schön, wir haben uns gut verstanden. Nach drei Treffen ging es dann los. Ich muss eigentlich gar nicht weiterlesen, wenn nach drei Treffen schon irgendwas losgeht. Lasst es, Leute, lasst es einfach. Die richtige Beziehung läuft mindestens das erste halbe Jahr einfach komplett glatt. Aber gut, schauen wir mal weiter. Während ich ihn gerne spontaner gesehen hätte, blockte er das ab. Auf meine Frage, warum, war das seine Antwort. Er würde zwar gerne, er sei etwas vorsichtig. Beide hatten das Ziel, eine Beziehung aufzubauen. Das muss ich erwähnen, auch er wollte das. Er fragte mich von Anfang an nie was Persönliches. Auch das war irgendwann ein Thema. Seine Begründung beruflich, fragen seine Klienten schon so viel. Und seine Ex-Freundin sei mega ausgerastet, wenn er was gefragt hätte. Ja gut, aber ich meine, wenn du ihm sagst, dass du das gut findest, brauchst du auch nicht mit der Ex-Freundin kommen. Ich versuchte, mich zurückzunehmen, abzuwarten, ihn quasi aufdauen zu lassen. Das ging fünf Wochen gut. Die Gespräche bliefen lieber auf dem Niveau. Wie geht's, wie läuft dein Tag, guten Morgen, gute Nacht und so weiter. Ich sprach ihn darauf an. Antwort, ja, ich will ja. Ich weiß, dass ich mehr fragen muss, hab aber diese Blockade. Die persönlichen Fragen in den ersten drei Monaten kann ich an einer Ante abzählen. Erst war meine Taktik, von selbst zu erzählen. Dann gab es fast nie eine Gegenfrage. Ja, das macht einfach keinen Spaß. Treffen fanden immer einmal wöchentlich, höchstens für drei bis vier Stunden statt. Programm kann man sich denken. Ja, ich vermute mal Hallenhalmer. Die Wochenenden verbrachte ich alleine. Wir spielten aber fast täglich ein bis zwei Stunden ein bekanntes Online-Rollenspiel zusammen. Ja, also ich weiß nicht, ob das deine Vorstellung von Beziehung ist, das kann ich ja jetzt nicht sagen. Meine wäre es nicht. Übernachten ging nicht wegen seiner Katze, die konnte er nicht allein lassen und bei ihm schlafen ging er auch nicht. Er musste bei der Katze auf dem Sofa schlafen. Ja, also ich verstehe, wie man sowas reinrutscht, aber mal ganz ehrlich, wenn du die Mail selber durchliest, weiß ich nicht. Das ist halt die klassische Krümelbeziehung wieder. Und tausend Gründe, warum man sich nicht treffen kann. Letzten Endes ist es auch egal. Die Katze ist krank, der Hamster ist krank, das Meerschweinchen ist krank, der Golffisch hat Asthma. Ja, das Online-Rollenspiel kann ich nicht ausschalten. Ja, ich habe eine Menschenallergie, deswegen kann ich nicht übernachten. Es ist letztlich egal, es ist für den Arsch. Einfach für den Arsch. Kannst du auch nicht klären, das geht einfach nicht. Vor zwei Wochen wollte ich das erste Mal diese Verbindung beenden, weil ich meine Bedürfnisse nicht verdrängen kann und immer unzufriedener wurde. Schändig gefangen war an dem Gedanken, mag er mich, mag er mich nicht, wieso ist das so voller Grenzen? Ja, es hat im ersten, wie er ist, hat natürlich erstmal mit ihm zu tun. Warum du da drin bleibst? In so einer Krümelbeziehung, da musst du natürlich bei dir gucken. Mach die fucking Kurse. Ich lag oft nachts wach, deswegen auf meinen Entschluss hin, dass wir beide nicht harmonieren, reagierte er total entrüstet und verstanden die Welt nicht mehr. Ja, das kann ja sein. Ich war jetzt schon ein bisschen skurril, dass er da kein Problem sieht, aber ich kenne das. Also ich kenne diese Situation mit Menschen, dass man denen versucht zu erklären, 1 und 1 ist 2 und die sagen dann 1 und 1 ist 5 und ja, was willst du da sagen? Das kann man nur sagen, ja in deiner Welt ist 1 und 1 5, okay. Das bringt nichts, bringt nichts, leider. Reden wird überbewertet, es sei denn, man ist wirklich lange in einer Beziehung, dann wird es natürlich immer wichtiger. Er wolle ja geben mit seinem Verhalten, bla bla bla, ich sage quasi diejenige, die ihn blockiert. Schuldumkehr, das ist Gaslighting. Er wollte anklären, das Gespräch, Ergebnis, wir versuchen es weiter. Denn ja, auch er wollte mehr in Nähe und verstehe gar nicht, wieso es zwischen uns so sei. Ja, Worte sind geduldig. Ein paar Tage später sagte man, jetzt nicht öfter als einmal die Woche sehen, geht nicht wegen der Entfernung. Ja, wir reden über 50 Kilometer. Ich sage ja, es ist immer ein anderer verfickter Grund. Dann ist ein Erdbeben, dann haben Außerirdische die Stadt erobert. Dann, weiß ich nicht, gibt es eine Murmeltierinvasion auf der Autobahn. Es wird immer irgendwas sein, das kannst du vergessen. Gut, gibt es da überhaupt noch irgendwas, was man vorlesen könnte? Ja, du sagst dann, dass du ungeduldig bist. Ja, dann bist du eben ungeduldig. Das ist eben nicht das, was du willst in der Beziehung. Und so weiter und so weiter. Meine Freunde, mein Erführer, ein Doppelleben mit einer anderen. Ja gut, die Welt ist schlecht, wie man das hören kann. Also ich weiß es nicht, wäre ich jetzt erstmal nicht drauf gekommen beim Lesen. Weil es gibt einfach Leute, die sind so, gerade wegen auch diesem Online-Rollenspielen, die sind so vielleicht, ja, keine Ahnung, dissoziiert vom Film. Und ja, gibt so Charaktere. Aber es ist eigentlich gar nicht so abwegig, muss ich zugeben. Wenn ich so sehe, was ich immer für Mails kriege. Ja, also es ist tatsächlich sehr merkwürdig. Also ich meine, du musst auf jeden Fall Modul 1 machen, Standards und D-Racker, weil am Wochenende nicht sehen sollte ganz klar ein D-Racker sein. Und natürlich, nee, eigentlich eine gute Idee, was meine Freunde sagen. Natürlich fragt man sich, warum haut das nicht hin? Und vor allem mit dem Übernachten, also es stimmt eigentlich schon alles sehr dubios. Also, okay, je öfter ich drüber nachdenke, aber letzten Endes auch wurscht, weil die ganze Beziehung einfach nicht läuft. Das Ding ist nun, dass er schüttelt und es tut mir alles so leid. Er versteht nicht, wieso ich es beendet habe, denn er wollte doch mehr Nähe und bessere Kommunikation schaffen und sei mit einer Beziehung bemüht gewesen. Ja, in meinem Weltbild ist das, da könnte er auch sagen, 1 und 1 ist 5. Also du kannst nicht sagen, ich war bemüht ohne Beziehung und du tust die ganze Zeit etwas, was genau das Gegenteil ist. Aber vielleicht denkt er wirklich, also ich weiß, dass viele Leute tatsächlich sowas glauben, was sie sagen. Und da kann man nur sagen, ja, okay, in deiner Welt ist 1 und 1 ist 5 und kannst die Menschen dann nur mit stehen lassen und sagen, alles klar, akzeptiere ich, ja, dann sei froh, dass es nicht ein Familienmitglied ist, wo du dann auch drin hängst und dich dann mal wieder mit auseinandersetzen musst. Sei froh, dass es einfach nur irgendein Dude ist und zieh weiter. Bei allem mache ich mir Vorwürfe, dass ich so oft das Gespräch gesucht habe. Ja, das ist ja normal. Aber ich denke, es war Zeitverschwendung tatsächlich, ja. Es brachte mir nämlich 0,0 nix, außer dass es nun vorbei ist. Ja, hast du für die Zukunft was gelernt und ist ja auch schön, wenn man noch an Reden glaubt. Es hat ja auch irgendwie was Optimistisches, Tröstliches. Aber ja, in diesem Fall nützt Reden leider gar nichts. Die Frage bleibt für mich im Raum, war ich zu krass in meinen Erwartungen? Die Frage ist im Raum, was hast du mit Krümelbeziehungen zu tun? Bin ich zu überaktiv? Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil die ganze Beziehung einfach rotz ist. Das war bestimmt schöne Momente, aber wenn man jetzt einen Beziehungsmaßstab anlegt, das ist einfach rotz. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Also nicht, dass ich jetzt nicht auch solche Beziehungen geführt hätte. Wie gesagt, ich verstehe das alles. Aber ich kann aus heutiger Sicht nur sagen, das ist einfach fucking Zeitverschwendung. Und warum der andere so ist, ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie mir das halbe Gehirn rausgeschnitten oder ein Virus. Nein, ist auch egal. Es ist nur Spaß jetzt. Aber es ist völlig wurscht. Das ist das Level, auf dem er steht. Oder ist einfach von Anfang an das Pferd schon tot gewesen? Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Übrigens, ich nehme gerade an der Selbstliebe-Challenge-Advanced teil, also Modul 8, und am Ex-Detox-Kurs. Ja, für dich ist auf jeden Fall Modul 1 auch. Aber gut, dass du die machst. Die sind ja auch sehr nice, geil. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.